Bling! Witsch! Wussch! Wow! Hi Leute, Tim Soath hier und in diesem Video geht es mal wieder um Magic the Gathering Commander. Und zwar habe ich mir so eine kleine neue Reihe überlegt. Meine Commander Decks. Und hier in diesem Video geht es um Arcade ist der Stratege. Und zwar, warum dieses Commander Deck mir guten Deckbau beigebracht hat. Also wie man gute Decks in Commander baut. Und dafür müsst ihr wissen, ich bin Ende 2018 wieder eingestiegen in Magic. Kamen gerade die neuen Raffnika-Sets raus. Und bin in den Local Games so gegangen. Friday Night Magic, es wurde nur noch Commander gespielt. Die ganze Zeit. Und dachte mir, da muss ich da ja mal auch mitmachen. Das Prinzip kam mir auch mega geil vor. 100 Kartendecks, jede nur einmal. Schöne Vielfalt. Kitchen Table mäßig, weil ich hatte vorher immer nur Kitchen Table gespielt. Nie Standard, nie Turniere. Ja, und dann denke ich mir, ja, kriege ich hin. 100 Kartendecks bauen, jede Karte einmal. Und Commander dazu passt. War nicht so einfach tatsächlich. Ich habe erst einen Planeswalker aus einem der Starterdecks von damals ein Deck gebaut, den Tethered. Den man gar nicht als Commander spielen durfte. Das wurde mir dann erstmal, wo ich damit ankam, mit dem Deck dann gesagt. Und dann hier den Rakdos-Fürst des Aufruhrs. Habe mir dieses Guild-Kit geholt gehabt. Und habe dann ein Rakdos-Deck auch noch gebaut gehabt. Weil das waren so meine beiden Kitchen Table-Decks damals. Ein Bausteine-Deck mit Myridin-Karten, mit vielen Artefakten und Monoblau. Und halt ein Rakdos-Deck. Das waren meine beiden Kitchen Table-Decks. Und dachte mir, da baue ich Commander-Decks drum. Und die waren halt ein wild zusammengewürfelter Haufen aus allem, was in den Decks drin war. Und halt nur einmal. Bei Rakdos zum Beispiel auch so Karten drin, wie der Gewitterplünderer und so. Keine Ahnung. Das war halt, was man halt gespielt hat im Kitchen Table. Oder was man halt da hatte in den Farben. Und dann kamen halt auch so Kommentare wie, ja, für fünf Mana habe ich mir jetzt mehr erwartet. So von den Mitspielenden. Und dann, ja, keine Ahnung. Was soll ich machen? Ich habe halt nur die Karten. Ja, und dann kam Arkadis, der Stratege. Das Deck. Das erste Deck, wo ich den Commander zu gesehen habe und dachte, boah, was? Geil. Der sagt, meine Mauern, die ich für zwei Mana spiele, sind dann einfach 6-6er oder irgendwie sowas. Wie geil ist das denn? Und können angreifen. Das klingt mega witzig. Und Band, die Farben sind ja klar das Gegenteil von Rakdos. Wenn ich mir ein Deck da rumbaue, kann ich mir die Karten, die ich in Boostern kriege oder die Karten, die ich jetzt kriege, ja, in das Deck reinbauen. Das war so mein Gedanke damals. Dann habe ich halt für die drei Farben auch was. Ja, und so ist er entstanden. Und dieses Deck habe ich mir, da habe ich so diesen klassischen Weg genommen. Ihr kennt es, IDH weggeguckt, was ist gut. Bei Card Market eine One-List gemacht. Komplett bestellt das Deck, weil Mauern sind nicht teuer für 25 Euro. Er war damals noch die teuerste Karte für 4 Euro oder irgendwie sowas. Und natürlich musste er natürlich sein, weil er ist der Commander des Decks. Und jetzt gehe ich mal durch. Das war, wie gesagt, Anfang 2019 oder sowas. Und das ist jetzt aus diesem Deck geworden. Also ein paar Karten sind immer noch drin, wie von Anfang an. Hier zum Beispiel Seaside Celadale. Die hatte ich mir auch für 10 Cent dann damals mitbestellt. Und dann, genau, Harriotide. Warum ist dieses Deck, warum hatten wir dieses Deck gleich beim ersten Mal spielen gezeigt? Yo, das läuft, das funktioniert. Eingebauter Card Draw auf dem Commander. Man kann es nicht anders sagen. Und ja, ihr wisst, in Band ist zum Beispiel auch Simic mit drin. Also grün und blau heißt, das Deck läuft. Das hat Card Draw, das hat Ramp. Es ist einfach in den Farben drin. Es ist einfach, wie gespielt wird. Und es war natürlich dann auch in den Karten drin, die ich bestellt hatte dann. So die ganz klassischen Sachen. Carmen Caratide kommt aufs Feld mit Arcades. Man zieht zwei Karten nach. Man hat immer Gas. Es läuft einfach so. Und dann greift er jetzt eine 5-5-Wer dann auch noch an. Auch Wall of Mulch. So viel eingebauter Card Draw auch schon teilweise in den Mauern, die man dann da drin hatte. Und dann halt noch so witzige Tags halt auch. Auch so dieses Deck habe ich direkt auch so gebaut gehabt. Yo, ich spiele selber Board Vibes drin. Und es gehört dem Commander auch dazu. Aber hat man auch einen Schutz dagegen. Kolfen aus Ohren. Richtig geiler Schutz. Also, wenn ihr einen Arcade-Stack bauen wollt und die nicht drin habt, absolute Empfehlung. Eine richtig geile Lawwind-Karte. Weil, genau. Die guckt halt nach den großen Kreaturen. Und am besten wurden alle auf einmal entfernt. Dann sind es auch drei oder mehr. Also auch, weiß nicht, fünf, sechs Mauern, die ihr dann da habt. Und dann kommen die einfach am Ende des Zugs wieder, wenn die gekillt wurden. Ja. Ja. Ihr seht jetzt schon hier, da sind auch einige Full-Atlants drin gelandet. Vertraute Sonnenfahrt. So eine passende Karte. Die Band-Ramp-Karte schlechthin. Den habe ich, glaube ich, nicht bei der Erstbestellung mitgehabt. Den habe ich mir dann irgendwann später noch geholt. Aber echt eine gute Karte. Ja. Und dann kommen da auch solche Karten mal rein. Irgendwie wie, äh, was, was ich einfach mal ausprobieren will. So, ne. Wenn man jetzt schon einige, einen Haufen Mauern hat. Und Gegner auch Kreaturen-Decks spielen. Fallgitter ist dann eine ziemlich fiese Karte, gebe ich zu. Weil die sagt dann, äh, ja. Die weitere Kreatur, die gespielt wird, wird erstmal in sechs hier geschickt. Aber auch solche Karten, habe ich von Anfang an gemerkt, sind extrem wichtig in dem Deck. Weil, ja. Ich habe jetzt schon sehr oft jahrelang mit diesem Deck gespielt. Und der Klassiker ist immer, ja, die Gegner hauen erstmal so schnell es geht, Arcade ist weg. Dann funktioniert das ganze Deck nicht. Weil dann habt ihr nur Mauern, die nicht angreifen können. Deswegen braucht es Karten wie Angriffsformationen. Die dann einfach sagen, ja, okay, auch wenn eine Karte da nicht liegt, können meine Mauern dann, äh, gut reinhauen. Und, genau. Dann brauchen wir noch so ein paar Finisher, wie zum Beispiel das Wunder, dass alle Mauern plötzlich fliegend haben. Und dann, dann wird das. Manche haben von sich auch aus fliegend. Aber das ist jetzt nicht die stärkste, der ist auch schon von Anfang an drin. Aber, den würde ich eventuell für jetzt den Warrel, äh, oder den Pride of the Hull Clayt. Den neuen aus Skull of Manor, wenn ich den dann mal habe, würde ich die eventuell für rausnehmen, zum Beispiel. Ja, dann sind wir ja auch im Blau. Dann spielt natürlich Couterspell. Und, alle guten Karten, die ich an den Farben kriege, wie zum Beispiel Spars-Haufkartier, habe ich mal irgendeinen Booster gezogen. Kommen natürlich dann in das Deck. Auch Fetchlands oder, ähm, Shocklands, in den Farben würde ich da jetzt reinmachen. Hier die neueste Ergänzung für das Deck, wollte ich einfach mal ausprobieren. Kann sein, dass sie nicht so gut ist. Ich werde es im Spiel sehen, wenn sie mega abgeht und ich jede Runde eine Mauer damit spiele und wieder eine Karte ziehe. Passt das und sonst fliegt es halt wieder raus. Wollte mich halt einfach mal ausprobieren. Schön, die Full Art Lands immer rein. Genau. Die Azorius Länder und alles geht natürlich da rein. Fluchttun ist auch eine neue Karte. Die Karten, die nur auf Stärke gucken und dass das da nicht geblockt werden kann, sind natürlich sehr gut in dem Deck. Und sonst ist es halt eine Evolving Wilds. Da sehen wir noch eine Wincon gleich auf jeden Fall. Genau, Wall of Blossoms auch schon von Anfang an drin. Solidarität zusammen mit einer anderen Karte halt auch eine der Finisher-Karten. Also wo andere Overrun oder irgendwas spielen oder den, ähm, BMO-Star, den Crater Hoof. Spielt das Deck so eine 5-Cent-Karte. Weil alle Mauern kriegen nochmal plus 5, plus 5 quasi. Dann geht das natürlich gut ab. Ja, so schöne Transmute-Karten sind dann immer drin. Und was man halt so aus den Boostern zieht, so was gute, gute Interaktion dann einfach ist. Auch so alte Karten teilweise schon drin. Bisschen den Removal wiederholen mit einem Non-Eak-Wall ist auch immer ganz nett. Wall of Reference auch schon. Seit Anfang an in dem Deck. Bringt einem gut Leben. Also klar, immer nur 3. Wenn Arcadis draußen ist, hat man ja nichts mit hoher Power, aber... Früher hatte ich noch Koloss von Akros zum Beispiel in den Deck. Der hat natürlich ein bisschen mehr gebracht, aber... Die Karte war da doch nicht so gut. Wall of Shards war cool, als die dann in der Mystery Booster gereprintet wurde. Weil es ist einfach ein 8-8-Flieger. Das ist egal, ob dein Gegner Leben dafür kriegt. Ja, war auch so. So Sachen einfach, die das besser machen. So Geist of the Archive. Scry 1 immer richtig nice. Und dann die netten Länder, die man immer zieht. Hier auch wieder so eine Schutzkarte. So gegen Boardwipes. Man spielt selber Boardwipes. Und verschützt seine dann mit sowas. So, das war schon immer ein bisschen die Strategie von dem Deck. Ja, Länder, Länder. Horn of Mark. Auch aus Hell der Ringe ein paar Karten reingekommen. Das Deck will viel angreifen mit seinen Mauern. Und dann zieht es damit nochmal Kreaturen nach. Das macht schon Sinn. Auch richtig gute Kommen aus Eldraine. Und natürlich dann die Staples. Swords und Plowshares. Weil du es nicht drin hast, ist sowas wie Smothering Ties. Aber das braucht das Deck jetzt auch nicht wirklich. Weil vieles einfach mega günstig ist. Zwei Mana 7-7 hier. Die habe ich auch damals direkt mitbestellt. Die ist ein bisschen aus der Zeit jetzt gefallen. Die wird heutzutage nicht mehr so viel gespielt. Aber 2019 rum war das eine sehr, sehr beliebte Commander-Karte immer noch. Ja, Klassiker, Gletschermower. Kristallscherbe. Auch eine der stärksten Karten in dem Deck. Auch das einzige Deck, wo ich sie glaube ich drin habe. Oder vielleicht noch ein anderes. So ein guter Schutz für den Commander. Weil, ich habe es gesagt, der wird oft getargetet. Sobald die draußen ist, macht das kein Gegner mehr. Also befasst sich kein Gegner mehr damit, den Arcade-Spect zu removen. Weil, man hält sich ein blaues Mana offen. Mein Gegner will was auf ihm machen. Ja, Kristallscherbe. Ich tue ihn auf die Hand zurück. Ich zahle die ein Mana halt nicht. Kommt der nächste Runde wieder raus. Das ist echt eine sehr, sehr gute Karte. Die ist so unterschätzt teilweise. Und oberste Alarmstufe die beste Karte, um Arcades zu ersetzen. Falls er mal wieder removed wurde. Ja, und Turmverteidigung noch sowas. Wie Solidarität eben. Genau, Frostmauer. Aber so viele, auch über die Jahre, immer die Karten, die dann rauskommen. Auch hier Bedrock-Tortoise. Die macht auch nochmal das selbe wie Arcades. Die sagt halt leider nicht, dass die Kreaturen angreifen können. Aber, äh, da könnt ihr zumindest schon mal richtig gut blocken. Und dann gibt es auch noch Hex-Proof. Da beschützt er den Arcades noch. Das ist schon immer ganz gut. Genau, Card-Draw wie Mentor of the Meek hat man dann da drin. Auch wenn man in blau ist. Aber bringt's einfach. Auch sowas dann einfach mal. So einen alternativen, äh, Amores. Den hab ich dann einfach mal reingenommen gehabt. Kann sein, dass der irgendwann rausfliegt. Der ist halt dann doch relativ teuer. Genau, dann die Board-Wipes. Die einen am besten selber überhaupt nicht interessieren. Die Slaughter's is strong. Ja. Da sind einige Karten dann reingekommen. Das ist auch immer so eine witzige Karte, wenn man die dann spielt. Oh, jetzt hab ich hier nur 13, 13. Genau, Dust-Till-Dorn. Auch so eine, äh, so ein Board-Wipe, der die Mauern dann gar nicht ankratzt. Und ja. Der Damri's Call, damit holt man sich immer ganz bestimmte Karte. Geil, der Springbrunn. Tatsächlich das erste Shockland, was ich damals in einem Booster gezogen hab. Ist natürlich in dieses Deck gekommen. Ja. Favorite Passage, wenn man die dann nochmal hatte. Auch gut, 2-Mana, 6-6. Genau, Kodamas Reach. Das war auch eine... Also, einfach, weil ich auf EDA-Track geguckt hatte und solche Karten dann da drin hatte, als erster Mal einen Command-Dex eingebaut habe, hab ich einfach gemerkt, ah, okay. In Commander geht es um Ramp und Card-Draw. Und wer das, äh, oft machen kann, der hat's einfach... Der hat's einfach immer im Spiel und kann immer was machen. Weil, wenn man auch mit diesen zusammengewürfelten Haufen spielt, auch wenn's witzig erst ist, äh, man merkt, man kann irgendwann nix mehr machen. Und das ist halt nicht mehr witzig. So, genau wie wenn man keine Länder zieht oder, äh, keinen Card-Draw zieht. Das ist immer, immer schwierig, auch im Commander. Ja, Panamonicon, das ich mal in der Sammlung gefunden hatte, das funktioniert super, weil's Arcadis-Effekt, äh, nochmal triggert. Deswegen, dass der dann immer 2 Karten zieht, das ist deswegen... Wenn sowas mit dem Commander-Sinn agiert, kann man's schon auf jeden Fall reintun. Auch solcher Ramp dann. Äh, Steine Sanftmuts, ja. Gegen die anderen großen, äh, Kreaturen-Decks, die werden damit schon schön klein gehalten. Und dann die ganzen Azorius-Karten immer da drin. Ja. Auch sowas so. Dann denkt man sich immer, ja, mittlerweile ist meine Sammlung so riesig. Und welches Deck kann diese Karte noch rein? Ja. Zum Beispiel in das. Auch eine sehr gute Karte in dem Deck. Die auch. Also das sind echt krasse Ramp-Karten, wenn die auf dem Feld sind. Äh, da kriegt man immer so viel Leben. Das ist eine witzige Politik-Karte. So, oh ja, greif mich mal an, dann ziehen wir noch eine Karte, beide. Genau. Rigo. Das ist auch so eine Karte. Ist schon relativ lange in dem Deck. Kappenner ist jetzt auch schon so lange her. Aber die hab ich noch nie gesehen auf dem Feld. Aber wollte ich immer noch mal spielen. Also ich muss mit dem Deck noch zumindest so oft spielen, dass man die Karten noch mal irgendwie in Aktion gesehen hat. Der zieht einem ja auch Karten, wenn man mit dem Null Mana Mauern angreift. Naja. Dann hier auch aus Dominaria die Karten. Dominaria Remastered, oder ne, Dominaria United. Hatte ja so ein richtig geiles Defender oder Verteidiger unter Thema. Haben sie sich wahrscheinlich schon gedacht, so, ah, hier bevor, als damals Dominaria oder, äh, halt auch M19 rauskam, da haben viele mit Arkadis angefangen, dann geben wir denen mal wieder was. So, und das ist ja auch immer das, wie sie Karten verkaufen. So, die Leute, die dann dieses Deck noch zu Hause haben, denken sich, yo, ich brauch die Karte für das Deck. Ja, der macht ja auch das, dass er, äh, Arkadis' Effekt für zwei Mana und einer Kreatur gibt. Aber wenn ihr da dann den 13-13 Baum habt oder so. Ja. Auch sehr gut, äh, für Ramp. Macht auch mal öfter was. Naja, Wall of Runes auch schon so immer drin. Naja, hat eine Ein-Mana-4-4. Winds of Abandon auch nicht schlecht. Auch ein einseitiger Board-Vibe. Die ist auch schon immer drin, die Schwierbarriere. Das ist einfach witzig, halt auch so mit Mauern zuzuhauen. Das ist halt immer in der, in der, in der Kopfkino, dann immer so ein lustiger Augenblick. Ja, auch schon immer die, die Bounce Lens dann drin gehabt. Also halt alle richtig guten Budget-Karten, die aber einfach funktionieren. Das, das war schon immer so dieses Deck, was das hat. So, das ist keine richtig teure Karte drin gewesen. Noch nie. Ja. Auch dann einfach mal so was, äh, kleiner Beschützer, so man denkt sich, ja, da kann ich Arcadis mit beschützen. Dann läuft das Deck noch besser. Genau, der Wingmental Champion, den kennt ihr. Der dann mit, äh, Arcadis und den ganzen Mauern oder noch ein Panamonicon. Dann den ganzen Ein-Seit-Flieger Gratis noch dazu. Das ist schon nicht schlecht. Das ist auch immer so eine krasse Budget, äh, Interaktionskarte. Ja, und dann das klassische Ramp. Cultivate, ja. Das erste Deck, wo ich ein Cultivate drin hatte, da habe ich das dann aus irgendeinem alten Commander-Set noch gekauft, auch für ein paar Cents auf Card Market. Deswegen sind so viele alte, äh, Commander-Karten auch noch drin. Aber das, sowas ist halt zeitlos, ne. Ja klar, heutzutage bekommt man dann im besten Fall zwei Mana-Ramp wie Fast Sieg und, ähm, und Three Wizards und Nature's Lore und Ramp of Grows die ganze Zeit, aber das Deck hat noch die Möglichkeiten. Auch so ein bisschen ETB-Zeug, aber die Karte kann auch nochmal irgendwann rausfliegen. Ja, auch gute Interaktion. Ja. Ja, der ist auch super. Äh, sucht dann dann seinen besten Verteidiger gerade raus, wie man's braucht. Braucht man gerade noch mehr Ramp, braucht man gerade ein richtig starkes Viech. Der ist schon ganz ordentlich. Und das war meistens die Karte, die dann die Spiele gewonnen hat. Die hockt man sich dann auch meistens mit Ella Dumbry's Call. Ja, Kreaturen mit Stärke als Erwinner können nicht geblockt werden. Dann hat man die ganzen 0-7-Mauern da und dann hat man einfach unblockbare 7-7er. Das ist das Spiel ziemlich schnell zu Ende teilweise. die Leute, mit denen ich oft spiele, die das Deck kennen, die haben auch immer ein bisschen Angst vor dem Deck, halt wegen solcher Geschichten. Weil das ist halt eben schon passiert. Das Deck hat auch schon ein paar Spiele auf jeden Fall gewonnen. Auch sehr spannende, teilweise gegen Remazuri-Decks und sowas. Also da ging es schon immer richtig gut ab. Das ist halt ein richtig gutes Budget-Deck einfach und es hat mir einfach gezeigt, worauf kommt es in Kommande an. Ich will was spielen können. Ich will auch, ich will nicht nur mit meinen Pet-Karten spielen, das macht zwar auch Spaß, aber ich will halt vor allem auch die Synergien sehen auf dem Feld, in meinem Deck. Ich will, dass es funktioniert und das hat mir halt dieses Deck gezeigt. Es hat viele Send-Karten drin, aber allein durch diese Kombination von ihm und den Mauern allein schon funktioniert es einfach. Und das ist halt so ein Klick-Moment, den haben dann Leute irgendwann im Commander so, wenn sie sehen, ah, okay, deswegen spielen die Leute die Decks so und so und auch, wenn man Precon spielt. Ah, okay, die Karten synergieren, ah, okay, und Synergien sind mächtig und das macht dann Spaß und dass man dann dieses Wow von den Mitspielern kriegt oder dann auch das Spiel gewinnt im Endeffekt am besten. Das ist halt so dieses, ja, wo man dann merkt, ah, okay, das ist ein gutes Commander-Deck und darauf kommt es an bei gutem Commander-Deckbau und das ist halt, ja, deswegen die Leute auf Ideo Edge weggucken, sich die Decks gegenseitig empfehlen, warum so viele YouTuber Commander-Deckbau-Listen machen, wo sie dann halt sagen, ja, hier, das und das könnt ihr machen und dann läuft das und wenn es läuft, habt ihr auch Spaß, ja, das ist halt das, was Anfänger manchmal einfach lernen müssen und ich hab's halt mit diesem Deck gelernt, ja. Ich hoffe, das Video war interessant für euch, ich hab jetzt einen Moxfield-Account, ich werd das dann immer als Liste, Moxfield-Deckliste dann noch verlinken in der Beschreibung, wird jetzt auch in Zukunft bei den nächsten Videos kommen, da werd ich über alle möglichen Commander-Sachen reden, halt anhand meiner Decks. Wenn euch das interessiert, abonniert gerne, liked, wenn euch das so auch gefällt und schreibt gerne in die Kommentare, was euer Deck war, das euch den guten Commander-Deckbau beigebracht hat oder was ein gutes Commander-Deck ausmacht und ja, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.